Im Bereich der Projektarbeit ist die Künstlerpersönlichkeit insofern sehr wichtig, weil ein Künstler auch bereit sein muss, quasi situationsgebunden zu arbeiten. Das machen nicht alle, also nicht jeder Künstler ist bereit, aus dem Atelier rauszugehen und Auftragsarbeiten zu machen. Und das setzt eine bestimmte Persönlichkeit voraus. Es ist auch so, dass, wie ich ja schon erwähnt habe, dass man in der Projektarbeit auch im Allgemeinen nicht auf ganz junge Künstler zurückgreift, weil die mitunter überfordert sind durch große Dimensionen und große Verantwortung auch natürlich. Und so muss man da schon genau schauen, wer vorgeschlagen wird, weil wir als Vermittler haben natürlich auch die Verantwortung dem Künstler gegenüber. Der darf natürlich nicht zu etwas gedrängt werden, was ihn überfordert, andererseits aber auch dem Kunden gegenüber. Der muss sich auch verlassen können, dass das dann funktioniert, was wir ihm vorschlagen. Es gibt eben so viele unterschiedliche Facetten der Kunst. Also die hochkonzeptuelle Kunst, die wird in so ein Projektunternehmen wahrscheinlich nicht hineingehen wollen, weil das zu offensichtlich ist. Aber skulpturale Kunst oder Malerei, die liebt natürlich die große Geste und die geht dann auch in Projektarbeit. Ich finde nichts Verwerfliches daran, dass man Künstler, die schon arriviert sind im Kunstmarkt, für Projekte vorschlägt und so das Niveau des Projektes auch hebt. Es ist ja meistens nicht von ungefähr, dass ein Künstler bekannt ist, national oder international. Das hat ja immer noch mit Qualität zu tun, oder? Auch, das hat ja immer noch mit Qualität медlipp. Vielen Dank.